Hallo und hallo, hier von Bruchweg. Ich stehe heute mit Kunde Malung. Kunde Malung hat in meinen Augen gegen Hertha BC ein sehr starkes Spiel abgeliefert und hat vor allem mit einer kuriosen Situation bei einem Freistoß herausgeschoben. Herr Malung, wir beginnen mit einer kuriosen Situation im Spiel gegen Berlin. Du stehst hinter der Freikick-Wall. Wie fühlte es dir? Für mich war es okay. Es war ein Moment für mich, mein Team zu helfen. Es war alles, was ich für meine Team tun konnte. Ich fühle mich wirklich großartig, weil es funktioniert. Es war nicht so großartig. Hast du dich ein bisschen Angst? Nein, ich bin nicht Angst. Ich war nicht Angst. Ich war wirklich stolz, ich war wirklich ein Teil von mir. Ich war wirklich glücklich. Ich war wirklich glücklich. Let's talk about the whole performance. Was sah du in welchen Situationen? Meine Situation oder die Team? Beide? Meine Situation ist, dass ich jetzt wirklich fit bin. Ich habe nicht die Saison wirklich richtig angefangen. Ich bin jetzt fit und in der Team. Ich muss die Team begrüßen und die Jungs für die 1. Vier. Wir müssen einfach weiter arbeiten, damit wir die nächste Chance bekommen. Ich bin sehr glücklich. In meinen Augen, es scheint, dass du fitter bist als am Anfang der Saison. Am Anfang der Saison? Am Anfang der Saison? Ich habe nicht in der Preseason angefangen. Ich kam zu früh. Die Leute waren ein bisschen vor mir. Jetzt haben wir die National-Team-Brecke. Wir mussten ein bisschen Arbeit machen. Ich fühle mich wirklich besser als vorher. Ich freue mich auf den Freunden. Es gibt ein Spiel gegen Schalke. Was sind deine Beispiele? Es ist ein schwieriger Spiel, aber wir gehen da, um zu gewinnen. Ich hoffe, dass wir zurückkommen mit den 3 Punkten. Vielen Dank für die Interview. Good luck auf den Freunden. Vielen Dank. Vielen Dank.